Weil ich einem Viertel der Schulkinder durch Sozialarbeiter bessere Schulausbildungschancen bieten möchte, damit sie bessere Startchancen im Handwerk haben, für unsere Zukunft. Für ein Viertel unserer Schulkinder aus Hartz-IV-Umfeld durch eine Bundesfinanzierung diese Chance öffnen, für Hand, Herz und Verstand im Handwerk, für unsere Zukunft. Die FDP im Handwerk sinnstiftend soliden Partner sieht für unsere Zukunft, um für Hand, Herz und Verstand goldenen Boden zu bieten. Handwerk hat goldenen Boden. Deine Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017